Endlich geht es wieder los. Endlich wieder spannende Duelle und endlich wieder Wettkämpfe. Beim 27. Run & Jump Midsummerfest des SCC Berlin ging es sportlich gleich wieder richtig rund. Unter anderem konnte Lisa Marie Coyier den 100 Meter Lauf der Frauen in einem spannenden Rennen für sich entscheiden. Vize-Europameisterin Gina Lückenkämper, die wegen eines neuen Trainingsplans vorerst noch keine Wettbewerbe absolviert, sprach danach mit Coyier. Ich wollte die Rennen hier mitnehmen. Ich brauche die Wettkampferfahrung, ich muss wieder reinkommen. Ich wollte gucken, wie das Training gewirkt hat. Konnte schon vieles umsetzen vom Training im Wettkampf und dafür war der Wettkampf heute echt gut. Ein ebenso enges Rennen war der 200 Meter Lauf der Frauen. Lisa Marie Coyier siegte erneut vor Rebecca Hase, die zuvor beim 100 Meter Sprint disqualifiziert worden war. Alisa Schmidt vom SCC wurde Dritte. Ich finde sie immer sehr, sehr cool. Ich war auch letztes Jahr schon hier am Start und ich bin froh, dass wir tolle Bedingungen haben und dass ich in meinem Heimatstadion laufen darf. Auch die Männer durften sich im 100- und 200-Meter-Sprint beweisen. In einem seiner womöglich letzten Rennen musste sich Lukas Jakubczyk im 100-Meter-Sprint mit Platz 3 zufrieden geben. Gewonnen hat Owen Ansar vom Hamburger Sportverein. Nicht ganz wirklich zufrieden mit dem, was ich geliefert habe. Die Gefühlslage ist dementsprechend ein bisschen wechselhaft. Im 200-Meter-Sprint war Jakubczyk erwartungsgemäß weniger erfolgreich. Im Finale konnte sich Owen Ansar erneut gegen seinen Teamkollegen Lukas Ansar-Pepra durchsetzen. Dritter wurde Patrick Schneider. Das Team fühlt sich natürlich immer gut an. Die Zeit ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber an sich ein gutes Training, würde ich sagen, heute zum Einstieg. Beim Frauenweitsprung stand ein Generationenduell an. 25 Jahre trennen Sandra Kramer von ihren Konkurrentinnen. Letztendlich konnte sich die Seniorenweltmeisterin nicht gegen die Jugend durchsetzen. Der griechische Paraathlet Syleanos Malakopoulos wollte außerdem einen neuen Para-Weltrekord im Weitspring aufstellen. Das gelang ihm auch im fünften Versuch mit einer Weite von 6,87 Meter. Andreas Statzkowski, Vorsitzender des SCC, fliegt zufrieden und stolz auf die Veranstaltung zurück. Tolle Starter hier heute, deutsche Meister en masse, kann man fast sagen. Super, dass die hier ins Mummsteuern kommen und hier starten. Weltrekord, spannende Duelle im Sprint, Generationenduelle im Weitsprung. Das Mittsommer-Event des SCC versprach viel und hat eine Menge geboten. Die Sportler freuten sich über die ersten Wettbewerbe und können nun wieder optimistisch in die Zukunft schauen.